Moin Moin Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Nachdem das aktuelle Raid hier fast zu Ende ist, möchte ich euch einmal zeigen, welcher Opener für den Samurai sich bei mir etabliert hat und danach auch ein, zwei kleine Erklärungen geben, warum ich ein bisschen abweichend vom Balance Discord Opener bin. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann bleibt dran. Los geht's nach dem Intro. Los geht's. Ja, das wäre mein Opener. Grundsätzlich zwei Kleinigkeiten, die ihr im richtigen Kampf beachten müsst. Maikyo Shizui zieht ihr neun Sekunden, bevor der Pulltimer endet und dann benutzt ihr True Nose oder im Deutschen Neuausrichtung ungefähr fünf Sekunden, bevor der Pulltimer endet. Ich selber, ich ziehe ihn zum Beispiel auch drei Sekunden vorher erst. Dementsprechend ändert sich natürlich auch die Folgerotation nach dem Opener. Ähm, im Vergleich zu an der Puppe und im Kampf selber. Logisch, da ihr Maikyo Shizui auch neun Sekunden eher wieder ready habt, wenn ihr es, bevor ihr am Kampf teilnehmt, schon zieht. Das ist auf jeden Fall beim Einüben der Rotation zu beachten. Und da müsst ihr euch im Kampf selber auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Kommen wir nun zu den grundlegenden Änderungen bzw. Abweichungen zu dem Opener im Balance Discord. Ich selber, ich benutze den Pot erst nach meinem Kascha. Das hat damit was zu tun, dass ich meinen Pot auf meiner zweiten Skill-Leiste habe und das deutlich angenehmer und einfacher und nicht so fehlerintensiv für mich ist, wenn ich den Pot ziehe, nachdem ich Gecko und Kascha gezogen habe. Dementsprechend nutze ich natürlich auch den freien Slot, wo ich den Pot nicht ziehe, um meinen Ikishoten schon mal einzusetzen. Dementsprechend habe ich den Ikishoten dann auch, naja, bummelig zwei Sekunden eher wieder ready. Was natürlich auch bei einem Kampf nachher dazu führen kann, dass ich vielleicht meinen Ogi Namikiri und Kaeshi Namikiri noch zum Schluss auf den Boss bekommen könnte. Was dann, wenn ich das andersrum machen würde, nicht der Fall wäre, wenn ich noch zwei Sekunden länger gebraucht hätte und der Boss dann aber schon liegt. Ist natürlich dann für den Overall-DPS ein bisschen mehr, kann zumindest positiver sein, als den im Endeffekt zwei Sekunden später einzusetzen. Im Opener selber führt das aber dazu, dass der DPS ein klein wenig niedriger ist, als vergleichsweise mit denselben Voraussetzungen bei jemand anderem. Logisch, weil er nämlich einen Angriff zusätzlich verstärkt hat durch seinen Pot. Zum Off-Global-Skill-Sena kann ich euch sagen, es spielt keine Rolle, ob ihr das vor eurem Midare, zwischen Midare und Kaeshi oder nach eurem Kaeshi-Setsu-Gacker einsetzt. Auf jeden Fall innerhalb dieses Zeitfensters sollte es sein. Da schaut auch wieder, was für euch am angenehmsten zu drücken ist. Ich selber schaffe es ohne Probleme, mit zwischen den Bars zu wechseln, meinen Sehneu noch rauszuhauen, bevor ich meinen Midare-Setsu-Gacker einsetze. Aber da müsst ihr selber für euch schauen, wie ihr am besten zurechtkommt, ohne euren Global-Cooldown hinaus zu zögern. Dasselbe gilt für Schinden. Es ist innerhalb des Openers total egal, wann ihr euren Schinden raushaut. Wichtig ist, verzögert nicht euren Global-Cooldown und bekommt euren Jobbalken auf Null. Dafür müsst ihr natürlich noch eure Charge-Attack irgendwo dazwischen hauen, weil ihr ansonsten 10 Jobbalken übrig habt. Das wollen wir vermeiden, gerade im Opener, weil da ist unsere Damage-Phase, da ist unser Pot aktiv und da wollen wir natürlich so viele Attacken wie nur irgendwie möglich reinbekommen. Ich werde euch jetzt gleich nochmal kurz den Opener zeigen, zusätzlich mit der Roter, die danach folgt. Und ihr könnt euch einfach mal die drei Minuten an der Puppe anschauen, inwieweit ich innerhalb der Rotation in den drei Minuten mit dem Samurai umgehe. Ganz, ganz wichtig dabei ist, lasst euch nicht irritieren durch ACT-Werte. Ihr wisst nicht, welche Skier hat derjenige, welche Voraussetzungen hat er sonst innerhalb des Kampfes. Ich meine, Buffroot-Pots, was nutzt er? Ihr wisst nicht, wie viel Crit- oder Direct-Hit-Glück er hatte. Und demnach kann es da auch deutliche Abweichungen geben. Ich habe insgesamt für dieses Video dreimal mich an die Puppe gestellt und die drei Minuten durchlaufen lassen. Und ich hatte eine Damage-Differenz von circa 600 DPS. Alleine nur aufgrund des Crit-Glücks. Und da lasst euch auf jeden Fall nicht irritieren. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Video. Wenn euch das bis hierhin schon gefallen hat, gebt den Ganzen gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, was ihr anders macht. Und ansonsten, wer noch nicht hat und kein weiteres Video verpassen will, der drückt gerne den Abo-Button, ist kostenlos, supportet mich mega auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. làm ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020